Wir liegen theoretisch gerade im Badezimmer, also unter unserem Schlafloft. Ja, es war einfach wie ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Die erste Nacht im Tiny House. Wir müssen das Haus heute noch zu 100% in Waage bringen. Es muss noch ein bisschen höher stehen, weil zurzeit steht es noch auf der einen Seite auf den Rädern. Das wollen wir vermeiden. Untertitelung des ZDF, 2020 Das wollen wir vermeiden. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Anja ist hinter der Kamera. Wir haben ja vor zwei Wochen unser Haus abgeholt und jetzt steht es hier im Garten. Wir sind sehr stolz, sehr stolze Tiny House Besitzer. Ja, lasst uns einfach mal reingehen. Ich stehe jetzt quasi in der Küche auf dem Podest. Das ist in etwa 40 cm hoch dann, wenn es fertig ist. Genau, hier steht noch ein bisschen Werkzeug oben. Wir finden, es ist wunderschön geworden. Wir sind wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Wir haben, ja, einfach viel Licht. Dann haben wir, was sofort auffällt, eine Art Fachwerkhaus. Wir haben hier einmal KVH, Konstruktionsvollholz. Und hier ist unsere Sandwichplatte. Die ist uns ermöglichen, diesen Raum dann noch zu nutzen, weil das quasi die Innenwand, die Dämmung und die Außenwand in einem ist. Wenn ihr wissen wollt, wie und was und warum auch immer, das könnt ihr in unseren Videos natürlich sehen. Einmal haben wir ein Fassadenvideo, dann haben wir ein Video zum Ständerwerk und dann haben wir noch ein Video zum Klebeprozess bzw. warum wir die Fassade verklebt haben. Also schaut euch das gerne an. Hier ist unser Loftbereich. Das wird unser Schlafloft hier oben. Ja, ich stehe quasi jetzt im Badezimmer. Ich stehe eigentlich direkt am Klo. Dann drüber haben wir unser Fensterchen, unser Badezimmerfenster und der Durchgang ist eben hier, in dem Bereich. So ist er geplant. Hier haben wir dann nochmal Platz für Stauraum. Also hier ist immer nochmal eine Wand und hier ist dann noch eine Wand. Und hier kommt dann die Dusche hin. Wenn man sich das jetzt nicht vorstellen kann, auch dazu haben wir ein Video gemacht. Und zwar unser Grundrissvideo. Das könnt ihr euch auch gerne ansehen. Ich komme mir schon ganz blöd von. Hier kommt die Wand hin. Hier wird die Wand gezogen. Und hier kommt die andere Wand. Das heißt, die Dusche ist tatsächlich so groß. Hier kommt der Durchgang. Wir haben hier eine offene Galerie. Also beidseitig. Und das fanden wir einfach sehr schön, weil das Licht natürlich auch hier hineinfließen kann in unseren Arbeitsraum. Oder unser Arbeitszimmer, Gästezimmer, wie auch immer, Umkleidezimmer. Oh, Entschuldigung. Das sind Kunststofffenster. Hier haben wir uns die Freiheit genommen, ein Dekor anzubringen. Das war uns ganz wichtig, weil wir wollten einen matten, dunklen Look. Weil ursprünglich sind die Fenster weiß. Kunststoff weiß. Und das fanden wir persönlich nicht so schön. Und daher haben wir gesagt, okay, dann machen wir da ein Dekor rauf. Ja, ansonsten geht es hier in die Höhe. Hier ist wirklich im Loftbereich. Das sieht man hier auf unserem wunderschönen Balkon. Und außen ist dann die Regenrinne. Dazu kommen wir gleich nochmal. Auch die Fenster sind nach innen öffnend. Und wenn man im Bett liegt, dann kann man einmal zur Terrasse raus durch die Fenster gucken und hier durch das Oberlicht. Wir haben auch überlegt, gegebenenfalls diese Wand zu schließen. Das Okumelsperrholz, also der Ständerwerkszwischenraum, der wird auch noch mit der Standölfarbe 2 von Kreidezeit, also so einem Weiß-Ocker-Gemisch, wird das Ständerwerk noch in Eichen her gestrichen. Wir haben uns dann Gedanken gemacht, womit wollen wir jetzt überhaupt starten, als wir unsere erste Nacht hier drin verbracht hatten. Also an Ideen mangelt es uns gerade gar nicht. Die nächsten Schritte werden zum einen sein, die Loftplatte auszuschneiden und aufzubringen. Dann werden wir natürlich die Wände ziehen. Und das wird auch noch ein größeres Projekt, denke ich, sein, das Kodest dann von 40 cm zu errichten. Und dann eben zu überlegen, wie groß sind die Schubladen. Darunter wird sich ja Stauraum befinden. Wie groß sind die? Wie kann man sie ausziehen? Gibt es zwischendrin vielleicht noch ein, zwei Platten, die wir nach oben hin öffnen können? Also den Fragen werden wir uns, glaube ich, so als erstes widmen. Wenn bestimmte Stellen sind, wo ihr sagt, oh, da will ich nochmal genauer hinschauen, was habt ihr euch denn hier und da gedacht, dann kommentiert das gerne. Und die dezentrale Wohnraumbelüftung, Versorgungssysteme, da sind wir ja noch im Austausch. Dann haben wir hoffentlich ganz bald zumindest schon mal einen festen Strom- und Wasseranschluss und gehen dann in die Planung von Autarkiesystemen. Ob das jetzt schon gemacht wird, wissen wir noch nicht genau, aber dass zumindest die Vorkehrungen getroffen sind. Und wenn irgendwann die finanziellen Mittel da sind, dass wir dann entsprechend aufstocken können. Das Spannende ist, dass wir eine Entwässerung am Haus integriert haben, man sie aber nicht sehen kann. Heißt, hinter den zwei Verbundelementen läuft dann senkrecht ein Entwässerungsrohr runter, an jeder Ecke des Hauses, dass auch auf jeden Fall Wasser abfließen kann. Da sich Wasser ja auch rückläufig verhalten kann, dass dann noch das Rohr ein bisschen raussteht und wir dann wirklich im Stand mit ein paar Eimerchen das Regenwasser auch auffangen können, um Blumen zu gießen oder ähnliches. Unser Hersteller, also der Brenton, der wird auch die nächsten Wochen nochmal vorbeischauen, weil es noch ein paar Dinge gibt, die korrigiert werden müssen. Wir werden zum Beispiel das Multiband nochmal komplett herausnehmen, weil es uns im Nachhinein nicht so gut gefallen hat. Das hat mehrere Gründe, darauf gehen wir dann nochmal zu einem späteren Zeitpunkt ein. Das heißt, es werden Schattenfugen eingesetzt, das Multiband wird also etwas tiefer eingesetzt. Das ganze Haus, die Terrasse wird natürlich noch fertiggestellt, zumindest mit dem EPDM und wir bekommen dann noch eine komplette Blende um das gesamte Haus herum. Wir hoffen, euch hat der Rundgang gefallen, dass ihr ein bisschen was sehen konntet, nicht nur die Schweißperlen. Lasst uns gerne einen Daumen da, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt gerne tun. Genau. Und ja, ansonsten bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018